I am independent, I am dedicated, doing it my way, doing it my way, yes I am, I am in control, I am, watch me go, doing it my way, doing it my way, can you hear me say, yes I am. Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen, mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs, wir machen bei den September-Challenges weiter. Kartenthema hatten wir vor 14 Tagen, letzte Woche die August-Verlosung. Annette, das Stempel-Set ist auch schon seit gestern unterwegs, kommt vielleicht heute oder morgen an. Und heute geht es dann mit dem Kreativ-Bingo im September weiter. Ich habe tatsächlich noch eine letzte Karte von der Anja bekommen, die zeige ich euch gleich, da habe ich das Bingo draus gemacht. Und am nächsten Woche bastle ich dann auch wieder selber. Jetzt zeige ich euch mal die Aufgabe für diese Woche. Die sieht dann so aus. Mit so einer Schere kann man auch mal schön zeigen. Ich habe hier Verschluss. Banderole, ein besonderer Knopf, eine Verschlussart zum Durchziehen mit Kordel oder Band. Also ein ausgefallener Verschluss. Grün-Braun-Töne. Breads. Breads sind Musterbeutel-Verschlüsse, wo man hinten diese Beinchen so spreizt. Ihr wisst, glaube ich, bestimmt, was ich meine. Geknotet. Blumen. Sprenkel oder Tupfen. Egal, ob jetzt tatsächlich gestempelt oder mit einer Zahnbürste-Pinselstift draufgetropft. Also, das spielt keine Rolle. Gestanzte Schrift. Da ist es egal, ob die als komplettes Wort ausgestanzt ist. Gibt es ja, zum Geburtstag oder Happy Birthday. Oder ob ihr einzelne Buchstaben stanzt. Rechtecke und gerissen. Dabei auch wieder egal, ob nur der Rand gerissen oder ob tatsächlich ein ganzes Stück Papier durchgerissen und dann einmal mit der gerissenen Seite aufgeklebt oder ob damit gewischt ist oder also auf jeden Fall gerissen. Ich habe hier die Karte von der Anja. Sie hat zum einen das Designerpapier, das es in allen Stampin' Up-Farben gibt, verwendet. Das ist hier in dem Falle Pekanus. Dann hat sie in grün die Schreibmaschine und diese Briefumschläge hier gestempelt. Stempel-Set ist gut getippt. Da ist die Schreibmaschine. Und hier irgendwo, da sind auch die Briefumschläge. Genau. Dann hat sie hier nochmal Quadrate gestanzt, beziehungsweise die Quadrate mit Stickrand ausgestanzt, auch in weiß und in Pekanus. Die Schreibmaschine ist mit Dimensionals aufgesetzt und dann hat sie hier noch Glitzersteine aufgesetzt. So, das war Anjas Karte und hier drin hat sie dann noch, dachte ich schreibe dir mal wieder, reingestempelt und hier draußen noch ein für dich. Dann habe ich daraus das Kreativ-Bingo gemacht und irgendwie habe ich was geschlafen, ich weiß auch nicht, und habe da mitten rein die Blumen gesetzt. So, also Grüntöne, Rechtecke, wobei ja ein Quadrat auch ein Rechteck ist, also Rechtecke, das kommt ja schön hin, aber Blumen waren auf der Karte nun wirklich keine drauf. Und da habe ich die ein bisschen aufgepimpt, da habe ich nämlich gerade eben, damit die Karte auch zu meinem Kreativ-Bingo passt, da das Blümchen noch gestempelt, ausgeschnitten und aufgesetzt und in die Mitte noch mit den Basics für Emaille, Perlenakzente in weiß das Pünktchen reingesetzt. So, und damit es nicht auffiel, dass nur ein Blümchen da war, habe ich dann hier drinnen auch noch ein paar Blümchen gestempelt. Gut, also ich habe da ein bisschen, wollen wir es positiv nennen, nennen wir es improvisiert, wollen wir es ein bisschen negativer benennen, dann habe ich gefuscht. Aber ich war zu faul nochmal hoch zu gehen, ich hatte keine Lust und das Kreativ-Bingo-Schema muss ich doch immer am Rechner machen, damit ich es ausdrucken kann. Also, ich hoffe, es fällt euch gar nicht auf, hätte ich es nicht gesagt, wüsstet ihr es ja auch gar nicht. Also, ich habe damit also erfüllt, Grün-Braun-Töne, Blumen und Rechtecke. Damit sind wir schon durch, ne? Eigentlich gehen die einzelnen Wochen ja immer sehr schnell, die Videos. Noch kurz darauf aufmerksam gemacht, seit gestern ist das Clearance-Weck von Stampin' Up neu befüllt. Da sind oder waren auch tolle Sachen drin, also besonders Papiere waren wirklich erstrebenswert günstig. Guckt mal rein, da ist bestimmt noch eine ganze Menge da und vielleicht habt ihr ja die Chance, das ein oder andere Schnäppchen noch zu machen. Ich selber gebe heute Abend noch eine Sammelbestellung auf. Wer also bei mir noch eben schnell was mitbestellen will, guckt mal rein bei den Clearance-Weck-Angeboten. Ich setze euch auch den Link mal rein, vielleicht habt ihr Lust. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns nächste Woche zum Karten-Sketch. Und dann ist der September mit allen Challenges schon wieder durch, ne? Das geht ratzfatz im Moment, also macht es gut, bis dahin, tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017